Ich denke mal so 570 Millimeter breit dürfen das sein, 262 in der Tiefe und Höhe 168 Millimeter und noch 10 Kilogramm wird das haben. Augenmaß und Handgewicht ist es meist das erste Pflicht. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dieser neuen Folge erwartet euch das Meisterstück Generation 2 von Sonoro. Dazu gibt es natürlich alle Informationen, was sich technisch geändert hat und was sich auch im Portfolio von Sonoro noch getan hat. Direkt ein Blick auf die Front zeigt uns schon die erste Besonderheit. Wir haben eine durchgehende Aluminiumfront. Schöne Frästeile, ganz in der Reminiszenz von Dieter Rahms im Bauhausstil gehalten. Wir haben sämtliche Druckknöpfe und Drehknöpfe auch aus dem vollen, also vollem Aluminium gehalten. Es ist kein Kunststoff mehr verbaut. Füße selbstverständlich auch aus Aluminium. Der Korpus MDF flackiert. Also das ist geblieben. Die zweite große Besonderheit ist das deutlich größere OLED-Display, was verbaut wurde. Ansonsten sehen wir hier Nahfeldbedientasten. Die kennen wir aus der Generation 1 schon. Das heißt, wir haben hier verschiedene Quellwahl-Tasten, wo wir die Quellen direkt ansprechen können. Wir haben eine Start-Stop-Vorlauf-Rücklauf- oder Skip-Funktion. Unser CD-Schacht mit der Auswurf-Taste, Ein- und Ausschallfunktion, klar. Und eine Kopfhörer-Buchse daneben. Der Aluminium-Drehknopf ist jetzt nicht mehr mit einer OK-Bestätigungstaste hinterlegt. Das heißt, ich kann ihn nicht mehr drücken. Dafür ist die OK-Taste hier oben hingewandert. Dann haben wir eine Taste zurück und die Einstellfunktion. Hier unten finden wir noch eine Favoritentaste. Das ist etwas anders. Wir hatten vorher Feststationsspeicher auch direkt auf der Nahfeldbedien-Ebene. Die sind verschwunden über die Favoritentaste, können wir diese aber aufrufen. Dafür haben wir aber eine deutlich aufgewertete Fernbedienung. Also die Fernbedienung war ja vorher in diesem klassischen Checkkarten-Format mit dieser Knopfzelle. Gott sei Dank sind wir davon weg. Jetzt haben wir eine richtige Fernbedienung, die ordentlich in der Hand liegt. Und dadurch haben wir aber auch eine andere Menüführung. Das heißt, man kennt das von anderen Geräten auch. Ich habe eine Hoch-Runter-Links-Rechts-Funktion und OK-Bestätigen. Die finden wir hier. Und hier haben wir sechs Feststationen-Speicher, die wir mit Funktionen hinterlegen können. Auch das ist direkt schon mal ein Unterschied. Also ich kann jetzt nicht nur sagen, ich möchte einen Radiosender da drauflegen. Die ältere Generation konnte eine Spotify-Playliste noch da ablegen. Das war es dann auch. Hier kann ich aber alles Mögliche machen. Hier kann ich Teile drauflegen. Hier kann ich natürlich auch Radiostationen drauflegen. Amazon Music etc. Da kommen wir gleich nochmal zu, was das Gerät im Detail an technischen Neuerungen natürlich mit sich bringt. Aber das haben wir jetzt auch direkt auf der Fernbedienung. Dann schauen wir mal auf die Rückseite, was wir da an neueren Anschlussmöglichkeiten haben. So, hier schauen wir auf die aufgeräumte Rückseite. Und da fällt uns eigentlich schon die erste große Besonderheit in der Mitte auf. Und zwar ist das der HDMI-EARC-Anschluss, EARC. EARC oder ARC, Audio Return Challenge Technologie, bedeutet, ich kann einen Fernseher anschließen. Und der Fernseher übergibt mir inklusive Steuersignal für Ein- und Ausschalten den Ton aus dem quasi Audio-Bereich des Fernsehers. Also egal, was da ankommt, ob Fernsehsignal über einen integrierten Tuner oder Netflix etc., was empfangen wird, wird komplett hier rübergegeben. Eine Lösung, die wir ganz häufig im Heimkilo-Bereich oder natürlich auch bei Soundbars finden. Wir hatten vorher bei dem alten Generation 1 Meisterstück schon digitale Eingänge. Da konnten wir zwar den Fernsehton drüber einspielen, aber es wurde nicht automatisch mit ein- und ausgeschaltet. Und vor allem die Lautstärkeregelung hat nicht funktioniert. Das heißt, hier habe ich jetzt meine Fernsehfernbedienung in der Hand, schalte das ganze System ein. Das Meisterstück bekommt den Einschaltimpuls, geht automatisch auf den richtigen Eingang, übernimmt den Fernsehton. Mit meiner Fernsehfernbedienung kann ich alles laut und leiser machen. Und wenn ich es ausschalte, geht es auch mit aus. Für mich eines der Highlights auf der Rückseite, der HDMI ARC, da haben wir darauf gewartet. Das hat man natürlich auch immer an Sonoro weitergetragen. Wenn was Neues kommt, denkt bitte an den Anschluss, das ist ganz wichtig. Danke, dass es dafür gereicht hat und es da drin ist. Hatten wir schon angesprochen, digitale Eingänge. Hier haben wir einen LAN-Anschluss mit der dazugehörigen WPS-Taste, die dann über WLAN meine Routerverbindung aufbaut. Und Netzwerkanschluss war bei der letzten Generation des älteren Meisterstücks nicht mehr dabei. Deswegen, ich finde es hier ganz wichtig, dass es jetzt wieder integriert wurde. Dann finden wir zwei USB-Schnittstellen. Eine USB-C-Schnittstelle, also neuster Standard und eine klassische USB-A-Schnittstelle. Beide ermöglichen zum einen eine Ladefunktion eines externen Mediums mit 2,1 Ampere. Also da kommt auch richtig Spannung raus. Das Zweite ist, dass ich darüber aber auch ein Massenspeicherlaufwerk anschließen kann, um meine Daten aufzurufen. Dafür ist natürlich ein großes Display oder noch besser die App, auf die wir gleich noch eingehen werden, hervorragend, um dann in der größeren Struktur meiner externen Festplatte zu surfen. Was wir hier haben, ganz links, da haben wir einmal einen Auxiliary-Eingang. Das heißt, hier können wir ein altes analoges Gerät anschließen, Tape-Deck zum Beispiel etc. Ein Line-Out und einen Aux-2, der nur noch als Klinke angeschlossen. Das heißt, hier könnte ich mit einem Klinkenkabel einstechen oder mit einem Klinken-Chinch-Adapter nochmal ein weiteres, größeres Gerät anschließen, zum Beispiel einen Plattenspieler. Die beiden WLAN-Antennen hatten wir genannt und ganz auf der linken oberen Ecke, da haben wir unsere DAB-Plus- oder FM-Antenne. Das heißt, hier haben wir immer noch die Möglichkeit, neben Internetradio, ganz klassisch, unseren Radioempfang über die Antenne zu realisieren. Also, wir sehen, aufgeräumt, aber alles Wichtige, was wir brauchen, ist dabei. Jetzt schauen wir uns die App an. Passend zum neuen Line-Up gibt es von Sonoro natürlich auch eine komplett überarbeitete App. Wenn wir die Sonoro-App öffnen, dann sehen wir hier, das Meisterstück ist es ausgegraut. Ich habe jetzt hier direkt auch in der App die Möglichkeit, mehrere Geräte anzusprechen. Das heißt, sowas im Wohnzimmer, Küche etc., die würden mir hier alle angezeigt werden. Das Schöne ist, dass ich das hier über die Einschaltfunktion auch direkt über die App starten kann. Das heißt, wenn ich jetzt einschalte, dann sehen wir, dass das Gerät schwarz wird und natürlich auch das Gerät selbst mit der letztgewählten Quelle zu spielen beginnt. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann kommen wir auf die eigentliche Übersicht. Und hier sehen wir, ganz oben haben wir erstmal unsere Quellen. Die sind natürlich analog zu den Quellentasten, die wir hier haben oder auf der Fernbedienung zur Auswahl. DRB-Radio, FM-Radio, Internetradio und Podcast, unsere komplette Radioübersicht im ersten Block. Im zweiten kommt dann neben CD und Bluetooth die analogen und digitalen Eingänge. Und im dritten Block sehen wir die ganzen Streaming-Dienste, Spotify, Amazon Music Title etc. Das, was wir nicht sehen, was das Gerät natürlich selbstverständlich auch mit sich bringt, das sind die proprietären Dienste wie Airplay 2, also alles, was von Apple kommt, und Google Cast, die ganze Android-Welt. Das heißt, über diese Protokolle, die wir jetzt hier nicht sehen, können wir direkt aus dem Endgerät heraus Musik- oder Audiodatenströme an das Gerät schicken, ohne dass wir irgendwie eine zusätzliche App brauchen. Ähnliches funktioniert zum Beispiel bei Spotify Connect, da gibt es dann auch Teile Connect, das wird noch nachgerüstet. Und von daher gibt es jede Menge Möglichkeiten, Informationen an das Gerät zu schicken. Das letzte Paket unten, da steht meine Musik. Das wäre jetzt etwas, wenn ich über die USB-Schnittstellen meinen eigenen Datenträger anschließe, dann kann ich da drauf zugreifen. Ich öffne das Ganze mal, da sehen wir auch die Anschlüsse, USB-A, USB-C, ich drücke einfach drauf und bin dann in meinem entsprechenden Datenträger. Das Schöne ist natürlich, innerhalb einer App, gerade auf einem Tablet, habe ich eine große Ordnerstruktur relativ deutlich zu sehen. Wenn wir zurückgehen oder wir schauen beziehungsweise rechts oben auf das kleine Zahnrad, wenn ich da drauf drücke, dann kommen wir in die Einstellung. So, nochmal drücken, da. Ganz wichtig finde ich, neben der klassischen Menüeinstellung, das heißt, wenn ich hier drauf drücke, dann bin ich wieder auf meiner Menü-Oberfläche, die Klang-Einstellungen. Klang-Einstellungen sehen wir jetzt hier, einmal ganz klassisch Bass und Höhen kann ich verändern. Ich habe einen 3D-Sound. 3D-Sound macht das gesamte Klangbild einfach breiter, es macht es offener, größer. Das muss man immer im Einzelfall entscheiden, ob einem das gefällt oder nicht. Dynamic Bass, das finde ich eine sehr gute Funktion. Das ist quasi ähnlich in einer Lautnisfunktion zu sehen. Nur, dass die Lautnisfunktion sehr statisch in das Klangbild eingreift. Der dynamische Bass tatsächlich aber eine lautstärkeabhängige Regelung ist. Das heißt, je leiser ich das Gerät fahre, desto mehr wird unten der Bass angehoben, damit einfach, wenn ich bei leiseren Lautstärken, also wirklich Piano fahre, das Klangbild nicht flach klingt und trotzdem untenrum noch dynamisch angepackt wird. Auch das kann ich einfach ein- und ausschalten, wenn ich es nicht möchte. Der letzte Punkt ist die Raumkorrektur, der Equalizer. Hier habe ich quasi eine raumakustische Einmessung und die raumakustische Einmessung gibt mir dann ein Raumabbild in den Soundprozessor von dem Meisterstück hinein und er verändert dann das Klangbild. Das muss man auch immer mit ein bisschen Vorsicht genießen. Das kann sehr gute Ergebnisse hervorbringen, gerade in einem, ich sag mal, sehr halligen Raum. Nimmt man ein Badezimmer hochgekachelt oder sowas mit vielen Reflexionen. Es kann aber auch so ein bisschen die Emotionalität aus der Musik herausnehmen, deswegen kann man da immer einfach mal probieren, einstellen und versuchen, ob einem das was bringt. Ansonsten ganz klassisch, Basshöhen, damit komme ich immer ans Ziel. Sleeptimer und Wecker finde ich auch eine ganz sinnvolle Funktion, Sleeptimer, da, wenn ich draufdrücke, sehen wir, okay, kann ich hier einfach in 5 bis, ich freue mich hier rund, 120 Minuten, also 2 Stunden, 5 Minuten Takt auswählen. So lange spielt das Gerät und schaltet sich danach ab. Wecker, klar, kann man sich vorstellen, was das ist. Die Funktion zuletzt gehört, zeigt mir meine letztgewählten Quellen. Hier haben wir zwei Radiosender und einen externen Eingang ausgewählt, also da auch relativ übersichtlich. Und das war es eigentlich schon, was ich an Möglichkeiten habe. Das, was man sieht, es funktioniert sehr schnell. Es geht sehr zügig und das ist tatsächlich erst noch in Anführungszeichen die Firmware-Version 1.0, also tatsächlich Entwicklungsauslieferungszustand heute. Aber es ist keine Beta mehr. Das heißt, Sonoro hat hier ein fertiges Produkt auf den Markt gebracht, ohne dass man sagen kann, diese klassischen Bananenprodukte, es kommt irgendwas, reift dann das nächste Jahr oder anderthalb und irgendwann habe ich eine funktionierende App. Nein, hiermit können wir direkt loslegen, aus dem Stand heraus und können mit dem Gerät arbeiten und mit der App. Das finde ich schon mal sehr gut. Kommen wir zur Zusammenfassung, zum Klang und natürlich die Einschätzung, wofür wir so ein Gerät überhaupt brauchen. Kommen wir zur ersten Frage, wofür brauchen wir denn überhaupt so ein Gerät? Naja, also früher hatten wir MIDI- und Mikroanlagen gehabt und die standen im Wohnzimmer, vielleicht auch Jugendzimmer oder Kinderzimmer. Und die sind halt komplett diesen One-Body-Geräten, wie sie das Neudeutsch mittlerweile heiß gewichen. Das heißt, wir haben einen Korpus, hier ist alles drin, Verstärker, Lautsprecher, Laufwerk, Quellgeräte, Streaming etc. Das Schöne ist, dass wir natürlich einfach der Optik halber, ohne auf Klangeinbußen einzugehen, ein richtig schönes Gerät im Wohnzimmer stehen haben. Das ist stylisch, das ist in unterschiedlichen Farben zu bekommen und das macht das Ganze sehr charmant. Das Zweite, was wir natürlich haben, ist der eben angesprochene HDMI-ARC-Anschluss. Da ermöglicht es uns, einfach den Fernsehton komplett auszuspielen und uns die Soundbar zu sparen. Das bedeutet, wir müssen nicht mit dem schlechten Fernsehton leben oder nochmal Geld investieren, um eine Soundbau- oder Soundlösung, wie auch immer, zu kaufen, sondern wir stellen einfach das Gerät unter den Fernseher und haben einen kompletten Soundbar-Ersatz. Aber wie klingt es denn? Also grundsätzlich muss man sagen, dass meiste Stück 1 und 2 gar nicht so weit auseinander liegen. Liegt natürlich einmal daran, dass wir eine ähnliche Bestückung haben. Das heißt, wir haben jetzt zwei Frontlautsprecher, wir haben einen Subwoofer unter dem Gerät mit einer Bassreflexöffnung. Das ist also bautechnisch schon sehr nah beieinander und dementsprechend natürlich auch klanglich nicht weit voneinander entfernt. Was wir aber haben, ist über DSP-Steuerung, über diese Dynamic-Bus-Regelung etc. noch mehr Eingriff in das Klangbild. Und das merkt man natürlich. In Kombination mit einer etwas kräftigeren Endstufe, die da verbaut ist, bringt das Generation 2-Gerät einfach mehr Spaß in den Raum. Und das merkt man. Also das ist einfach untenrum schön warm, schön weich. Ich brauche keinen Subwoofer oder sowas. Da fehlt einem nichts. Und das muss man immer fairerweise sagen, es klingt nach deutlich mehr als das, was man hier einfach optisch sieht. Es klingt nach mehr. Das ist eine richtige Stereoanlage, die da steht. Für die Leute, die jetzt sagen, das reicht mir aber nicht. Ich möchte doch gerne vielleicht meine MIDI-Anlage von früher ersetzen, Lautsprecher anschließen, ein richtiges HiFi-Equipment aufbauen. Dafür hat Sonoro auch etwas. Und zwar den Maestro Quantum. Der Quantum ist analog von den technischen Daten zu sehen wie das Meisterstück. Ihm fehlen aber die Lautsprecher. Dafür hat er eine ordentlich kräftige Endstufe bekommen und Lautsprecher klemmen. Das heißt, hier kann ich einfach gegebenenfalls meine bisherigen oder neuen Lautsprecher, auch die gibt es aus der Familie von Sonoro, einfach anschließen. Und dann habe ich eine klassische Stereoanlage. Das heißt, meine Lautsprecher mit Verkabelung, wie man das kennt, aber an einen Baustellen, der alles integriert. Zwei Sachen, die hier noch unterschiedlich sind. Zum Meisterstück ist, dass wir hier einmal eine Room-Zertifizierung haben und eine Dirac-Einmessung. Dirac ist eine raumakustische Einmessung, die deutlich über die akustische Einmessung, die wir eben besprochen haben, von dem Meisterstück hinausgeht. Und normalerweise tatsächlich bei Heimkino-Receiver etc. kostenpflichtig erworben werden kann. Das ist hier in der Lizenz quasi von Sonoro schon enthalten. Ja, also zusammenfassend müssen wir sagen, ganz, ganz spannende Produkte. Also wir haben jahrelang darauf gewartet, weil Sonoro natürlich so ein bisschen, sag ich mal, zielgruppenspezifisch gehandhabt wurde. Das bedeutet, das waren eher Produkte, die weniger für Menschen da waren, die gerne gestreamt haben, die Playlisten über die Cloud-Dienste angelegt haben etc. Und das ist jetzt komplett weg. Wir haben eine super App. Wir haben alles, was die Küche hergibt an Streaming-Formaten, an Streaming-Diensten, an proprietären Protokollen. Es ist alles drin. Das Ganze garniert mit HDMI ARC. Bei beiden natürlich. Also da muss ich sagen, da hat sich so nur richtig ins Zeug gelegt und das muss man sich anschauen und natürlich anhören. Preise liegen 13,99 Euro aktuell zur Videoerstellung und 19,99 Euro für den Maestro. Ja, was soll ich sagen? Kommt vorbei. Wir haben die Geräte in der Ausstellung in allen drei Farben, nämlich schwarz-matt, weiß-matt und matt-Grafit. Finde ich immer eine der spannendsten Farben. War leider noch nicht da, sonst hätte ich die noch mit dazu gestellt. Aber ab nächster Woche bei uns in der Ausstellung. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, abonniert den Kanal, lasst einen Klick, der, wenn es euch gefallen hat. Gerne auch unseren Podcast, der regelmäßig erscheint. Ansonsten kommt vorbei. Es gibt immer eine Tasse Kaffee, wenn ihr wollt, wenn ihr Kaffee trinkt. Ansonsten natürlich immer schöne Geräte für Auge und Ohr. Bleibt gesund und bis demnächst. Schmitz HiFi. Aus Liebe zur Musik.